So, wir sind jetzt hier beim Kreis Sportbund Rhein-Erft in Niederaußen. Unsere Geschäftsstelle befindet sich in der Paulusschule und ihr seht hier auch direkt schon das erste Tolle, nämlich den Schulhof, der sich wunderbar für sportliche Aktivitäten nutzen lässt. Wir haben zwei Tischtennisplatten, aber auch viele andere kleinere Sportartikel, die ihr hier bei uns entweder vor Ort nutzen könnt oder ausleihen könnt. Und davon wollen wir euch jetzt einfach mal ein paar vorstellen. Da ist zunächst die Trotz dem Sportkiste, die beinhaltet viele Bälle, Sprungseil, Jonglier Geschichten, aber eben auch Spikeball und die Slackline. Oder hier vorne auch Crossminton oder Speed Badminton. Wir haben viele kleinere Artikel, die ihr bei uns ausleihen könnt, die sich wunderbar auch für Kurse eignen. Hier den Schwinkstab, wir haben Jonglier Geschichten, Softbool, natürlich haben wir jede Menge Bälle. Wir haben Handbälle, Fußbälle, Basketbälle, die sind alle bei uns vorhanden. Wie gesagt, viele Artikel, die sich für die Kurse auch eignen, wie Sprungseile, Reifen, Schwimmnudeln. Hier haben wir ein relativ großes Schwungstuch, was man auch schön in der Gruppe mit mehreren Leuten zusammen nutzen kann. Dann gibt es hier Crossgolf. Auch diesen Bag könnt ihr bei uns ausleihen. Da beinhaltet zwei Erwachsenenschläger, zwei Kinderschläger, mehrere Bälle und auch ein Netz, in das ihr dann wunderbar, wenn ihr das draußen im Park oder auf dem Feld oder wo auch immer spielt, die Bälle reinschlagen. Passend dazu gibt es die Fit Family Challenge Kiste. Das ist so ein bisschen wettkampfmäßig aufgebaut. Wir haben hier Bälle, die ihr werfen könnt oder auch die entsprechenden Materialien, die ihr braucht, um Weiten oder Zeiten zu messen. Hier zum Beispiel eine Stoppuhr oder eben ein Maßband. Hier vor Ort bei uns gibt es dann auch noch zum Beispiel zwei kleinere Fußballtore, die ihr sowohl für normalen Fußball nutzen könnt oder beim Blindenfußball. Hier mit dem Rasselball und entsprechende Brillen. Und vor Ort haben wir auch eine Basketballanlage. Das ist ein höhenverstellbarer Korb, den man auch hin und her bewegen kann. Auch den könnt ihr hier bei uns vor auch nutzen. Also wie ihr seht, wir haben viele verschiedenste Sachen. Auch drin bei uns sind noch viel mehr. Wir wollten jetzt nicht alles hier rausräumen. Wir haben also auch noch jede Menge andere Bälle, Tücher, Gewichte, alles Mögliche. Das könnt ihr alles bei uns ausleihen, nutzen. Meldet euch einfach, ruft an, kommt vorbei und benutzt die Sachen.